jo leute was geht ich bin's jonas ich bin neu auf youtube also ich hatte schon den kanal jonas xxx tentation davor also das habe ich immer noch da sind auch noch ich lasse meine video shorts auch drauf falls ihr die anschauen wollt oder schon gesehen habt also auf jeden fall willkommen an alle neuen falls überhaupt neue kommen man kennt ja und ja auf jeden fall der kanal dreht sich jetzt eher nicht mehr um shorts und strapper oder so sondern ich mache hier jetzt videos über gaming voll also ich spiel drei spiele vielleicht manchmal sogar 4 also als einmal fortnehmen was sie gerade im hintergrund schon er sieht wenn ich gerade kann ich mal auch mal mein spinn zeigen nichts besonderes aber auf jeden fall ja ein paar Skins sind schon drauf der zum Beispiel ich hab den battle pass und ja dann auf jeden fall noch äh fifa mache ich auch manchmal kann ich euch Matches auch jetzt demnächst für fifa 23 und dann noch Vollgas da ist ja jetzt auch die neue season draußen und dann noch für ich weiß nicht ob ihr das schon kennt ist eher unbekannt aber auch von Epic Games ähm Rumbleverse das ist ein echt gutes Spiel also wenn ihr das spielen wollt ist es gratis und es ist ein gutes Spiel ja also ich mache den Kanal hier mit einem freund den fütigen Dodo nennen und ja dann machen wir spielen machen später noch ein Video mit ihm kein Thema alles und ja wir machen auch noch also heute im nächsten Video erfahrt ihr noch mehr ähm über über den Clan will ich auch noch machen über unseren Discord Channel und alles ja also auf jeden Fall dann später spielen wir auch noch ein zwei Runden mit meinem Freund der hat auch noch ein Freund bei ihm und ja ihr hört ihr dann könnt auch nochmal Hallo sagen und ihr könnt mir gerne Verbesserungstipps in die Kommentare schreiben und der hat auch noch ein paar dann haut rein bis zum nächsten Video